Es gibt natürlich studierte Personen, auch psychologisch, mit Bildung natürlich, bis hin Universität natürlich, gebildete, intelligente Menschen. Nur sollen sie keinen Schwachsinn aufführen, der keinen Sinn macht, das wäre natürlich blöd. Nur sollen gebildete, intelligente Menschen keinen Schwachsinn aufführen, der keinen Sinn macht, das wäre natürlich blöd. Natürlich, was sollte das? Ich wäre interessant, wenn es negativ ist. Natürlich auf negativ bezogen, natürlich auf negativ bezogen, das macht natürlich keinen Sinn und so ist das. Ich bin natürlich auch normal und alles. Auf negativ bezogen würde sich die Universität natürlich auch schleichen können, natürlich. Oder wer auch immer, oder wer auch immer auf negativ bezogen würde sich die Universität natürlich auch schleichen können, oder wer auch immer, auch das Amt oder keine Ahnung.